ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Mein Fehler. Dann lass ich Sie mal in Frieden. Grundhaft in unten! Super! Her mit dem Geld! Keine Bewegung! Jetzt mach schon! ARD Text im Auftrag von Funk Und Sie sagen, Sie sind kein Hell! Und auf die Knie! Ihr habt drei Sekunden Zeit dafür! Eins! Zwei! Drei! Wenn ihr mich zurück wollt, hättet ihr auch fragen können. Ein Gerät, das jeden militärischen Satelliten der Welt kontrolliert, ist vier wirklich sehr gefährlichen Leuten in die Hände gefahren. Wir brauchen jemanden, der sich wie sie bewegt. Wie sie kämpft. Zeit, ein Patriot zu sein. Es gibt keine Patrioten mehr. Nur Rebellen und Feranden. Und was sind Sie? Ich bin Triple X. Ich werde Ihnen Ihr Team vorstellen. Ah, da ist ja das Red Bull-Aushängeschild. Ich brauche keine Clowns, die auf mich aufpassen. Wem vertrauen Sie dann? Den Guten. Den Extremen. Und den Komplett durchgeknallten Leuten. Los! Nein, 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 nein! Was du willst, I got what you need. Also mit dem Team kann ich arbeiten. Los geht's. Verfrischend. Du hast recht sehr talentierte Finger. Ja, das hat sie auch gesagt. Wow. Das heißt, diese Geister würden echt Ärger machen. Sie haben ja keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Was auch immer du suchst, du ziehst dabei den Kürzeren. Heißt das einfach, du bringst mir kein Frühstück ans Bett? Wir sind bereit zu sterben, um die Welt zu beschützen. Was ist mit dir? Ich lebe dafür. Schätze, wir sind jetzt im gleichen Team. Bereit für etwas Spaß? Ich geh runter. Ich geh hoch. Ich drück's mal einfach aus. Treten Sie in Paris. Schnappen Sie sich das Mädchen. Und sehen Sie dabei cool aus. Verdammt, ist es gut, wieder hier zu sein. Wir brauchen Leute mit Fähigkeiten. Und der Einstellung. Herausforderungen zu meistern, die wir noch gar nicht kennen.